Pünktlich zum kalendarischen Frühlingsanfang wird es so richtig sonnig und dazu fast frühsommerlich warm. Wer kann, sollte das herrliche Frühlingswetter ausnutzen, denn schon am Wochenende ist es wieder vorbei. Mit Sonne von früh bis spät und Temperaturen bis über 20 Grad wird der Donnerstag der schönste Tag der Woche. Von Kiel bis nach München erwarten uns 10 bis 12 Stunden Sonnenschein. Am besten macht man es so wie dieser Bewohner im Osnabrücker Zoo. Nichts tun und das schöne Wetter genießen. Eine Abkühlung im Wasser ist vorerst noch den Tieren vorbehalten, denn die meisten Freibäder öffnen erst in rund sechs Wochen.